Oh, ja, das klingt an mir. So, jetzt auf, bitte. Möchtest du raus hier und ein Taschentuch geben? So, jetzt auf, bitte. Dann schießen meine Damen herren. Hast alles? Geil, geil, geil. Dieses machen wir noch nicht mehr an. Kann ich auch, guck, ja? So, jetzt auf, bitte. So, jetzt auf, bitte. So, jetzt auf, bitte. So, habt ihr heute noch was vor? So, jetzt auf, bitte. So, jetzt auf, bitte. Ja? Ja, aber so schwer arbeiten, wie hier ist, ne? Weh, vielleicht. Ja, ja. Also hast du ja eh nicht drauf. So, jetzt geht los. Was ist da eigentlich härter? Freak oder das hier? Freak ist das Große da hinten. Ich geh da gleich noch drauf. Oh, das ist ja schon mal ganz witzig. Oh, das ist ja schon mal ganz witzig. Das ist doch schön. Oh! Oh 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 Meine Beine tun weh Oh Oh Wuh Sind die Sitze bei euch auch so scharfkantig An den Beinen Und mein Oberschenkel tun so ein bisschen wie mein Kühlteam Oh 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 Aber an sich gehts ja noch Ist ja noch nicht so hart Da bin ich schon härteres gefahren Oh So ich dachte jetzt immer auf dem Kopf rum so lang zu sein Oh 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 Sind nicht die bequemsten Sitze Oh 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 bis zum nächsten Mal, so geht es mir um den Haufen, bis zum nächsten Mal, oder wie ein Wachstum, oder wie ein Wachstum.